Hahahaha Alter Sondern deine Butter oder irgend so nen Scheiß gesagt hat Der Bobby Halt die Fresse Bitte bitte Alles wird geplant Wir müssen den Swatberg runter holen Weißt du willst Swatberg in den Ruder holen? NEIN Ja was willst du hä? Was willst du? Willst du wieder auf die Fresse? Willst du wieder Stress anfangen hä? Oh mann alter Wie schafft ihr denn den Bobby Sprung dazwischen Ja weil du ein Bobby bist und nix kannst Ist einfach so Na weil du die Babos wissen wie der Chabo ist Junge Oh mann ich sollte damit aufhören Halt weil dann schon wieder die Redzone Torches hier abgebaut hä? Felix Ja ja Es ist halt so muscle 5 Fick dich Ich hasse euch alle Alter wer doch Marco Nage dabei Den gar nicht mehr Hä Schau mal hier drüben Hä Wo denn? Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht Wo ist der? Ja Juki hier drüben Wo denn? Da hier Ich kann nicht ich muss hier springen Wenn ich Ach da hinten Da hat ich wenigstens hingeschlagen Was für ein crazy motherfucker Nein Ach ist da kein Glas Ach scheiße Na wie Bobbys wir einfach sind Wie Bobbys? Nein Rimpfel die bümpfel die bümpfel die bümpfel Frag mich nicht wie ich das gemacht hab Ja mit schlagen und rechtsklick Äh linksklick Oh Gott Ich bin ja noch Ich bin ja noch gerannt und auf einmal krieg ich den Schlag ab Ich flieg erstmal so übel zwei Nein Oh wie ich immer nach hinten falle Ach so ein Bobbys hier ey Mann Das ist doch einfach nur kackiges Kackiges Yes 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 Lol Fick dich Du sprichst hier nicht weiter Junge Ja echt mal Felix Das soll doch scheiß schon wieder Ey nur runterschlagen kann er gell Das ist unglaublich Ey das ist so ein Loop ey Das ist so unglaublich Unglaublich Ja Ich hab grad gehämmert War das deine Mutti? Boah meine Schwester Wie war's mit den Hartbässen? Nein Ja was? Äh jetzt hatte ich die Challenge Hartbässen Ja Mit den Schlagbässen und den Hartbässen Ja das war lustig Ich hab zwei Schlagbässen in meiner Hose Junge Oh war das herrlich Oh fuck Ja und dann wurde es noch diese komische Magde Ne was war das für eine? Ähm Ach wie sind Bad Blankenburger verfolgt hat Genau Bad Blankenburger Ach Bla Was? Bad Blankenburgerin So Meine Güte Ey wenn man schon deine Mutter nicht mehr aussprechen kann sondern schon deine Mutter dazu sagen Ja mein Gott tut mir leid Ich bin seit heute Mittag am Trinken Soll das gleiche Entschuldigung Ja Entschuldigung ich äh ja Moment Will das mit Denkst du das entschuldigt das? Ne also äh ist halt so Darf man halt mal Es ist äh ja Mein gutes Recht Weil ich in der Woche will er mit mir nichts trinken Morgen muss er arbeiten Was macht das Zeug Na logisch Mit mir will er nie was trinken Naaa Nein mich war so gut wie im Ende Nnnnnn Nnnnnnn Ich weiß ich was überhaupt nimmt Haha Na egal Ohh Und wem jetzt habe ich deine Freundinnen eigentlich noch flach gelegt ja Ich habe noch so viel vor mir Ich habe noch drei volle Flaschen Whisky daheim, also ich habe noch viel zu tun. Eigentlich hätte ich jetzt so voll Bock auf einen Schluck davon, aber ich kann jetzt nicht, weil ich gerade am Aufnehmen bin und ich muss zum Eisfach rennen und Eis holen. Ich habe mir übrigens mal überlegt, mir so einen Eisbehälter zu besorgen, wo ich mein Eis reinfülle und der dann tausend Jahre lang da drin bleibt. Aber leider gibt es keinen Eisbehälter, der das Eis hunderttausend Jahre lang isoliert und somit also dauerhaft kalt ist und nicht zu Wasser wird. Tja, ne gibt es nicht. Achso, ja, dann gib mir her so ein Ding, kann ich gebrauchen. So was nennt sich Kühlschrank, Sepp. Ich habe einen Eisschrank, wo meine Eiswürfel drin lungern, aber ich muss jedes Mal zu diesem scheiß Eisschrank rennen, das geht mir auf den Sack. Ich würde so ein Ding lieber in meine Minibar haben, anstatt jedes Mal zum Eisschrank zu rennen. Sepp hat die Erfindung... Nein! Sepp hat die Erfindung Schiefkühlschrank wahrscheinlich vergessen. Natürlich, da habe ich noch meinen Eiswürfel drin. Gibt es bei ihm gar nicht. Na gut, in meiner armen WG ist das sogar möglich, aber... Hol dir doch sowas wie McDonalds, wo es gerade gemacht wird. Na gut. Ja, aber McDonalds verkauft kein Whisky, oder? Jetzt müssen wir noch nicht. Das wäre... Oh, Alter, da werde ich ja nur noch im McDonalds abhängen. Burger mit Bier. Felix nicht telefonieren! Nee, ich meine Felix, auf zu telefonieren. Aber was will ich dir? Ich telefonieren! Nein! 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 Das ist doch... Bier. Alter, ich war am Ende der Challenge und bin runtergefallen. Das ist doch zum Kotzen. Leute, ich stecke im Bücherregal. Was? Ich glaube, ich habe aber jetzt Notenschluss. Keine Noten mehr. Ja, ich habe auch Notenschluss. Ich habe am Freitag nichts gehabt. Und was das geilste ist. Ich habe nächstes... Also die Woche, wie jetzt kommt Schule. Wisst ihr, wie die Schule bei mir aussehen wird? Ja, nix tun und nix tun. Genauso wie bei mir jede... Jede Schulwoche, Alter. Naja, logisch. Ich häng vor dem Laptop und zockt Minecraft. Soll ich mal was sagen? Ich hatte letzte Woche hinzuplanen. Jeden Tag um 11 Schluss. Alter, bei mir war es so. Wir sind zum Direktor, der in seinem Zimmer mit seinen 18 Grad saß. Bei uns im Zimmer waren es ungefähr... Naja, gut, was heißt im Klassenraum waren es ungefähr 32 Grad. Wir sind zum Direktor hin. Ja, kriegen wir da mal Hitzeplan? Wir sitzen hier in Hitze und schwitzen uns den Ast ab. Oh, nee. Hier ist doch schön kühl. Alter, wir hätten dem Direktor voll auf die Fresse gehauen, wäre er nicht der Direktor gewesen. Soll ich uns das hier noch kurz? Ich bin der Reporter, geh nicht mehr. Du musst mir ans Bond flippt hier. Hä? Du stehst hier bei mir direkt vor dem Bücherregal. Ja, weil ich dahin gelaufen bin. Ja, hä? Was machst du? Was willst du mir damit sagen, Felix? Wenn du auf diese Button der Teleporter klickst, die gehen nicht mehr. Die gehen klar noch. Nur bist du im Adventure Mode 2 und nicht im Adventure Mode 1. Also im normalen Mode. Alter. Null meine ich. Du Bobby. Nee, ich habe vorhin einen Block abgebaut. Das kann ich nicht verantworten. Da wird der kleine Sepp wieder als Cheater bezeichnet. Marcel Frieden, ne? Bleibt noch. Okay, gut. Ich bin gerade eh runtergefallen. So, wenn ich auf ein Band drücke, äh, funktioniert. Felix, du stehst bei mir immer noch vor dem Block. Warum machst du nichts? Ach, ey. Achso. Wie weit muss ich noch? Sepp, Sepp, doch. Er telefoniert noch. Das ist... Ey, nein. Ja, ja, doch. Er telefoniert. Hörst du doch? Nein. Doch, er... Schau mal hoch, Sepp, schau mal hoch. Warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, wo du bist. Ich sehe dich nicht. Ja, jetzt warte doch mal. Wo bist du denn? Ach, hier. Du musst noch ein Stückchen. Du musst noch ein Stückchen. So weit war ich auch schon. Glaube ich. Trompete. Oh, da muss ich heute Nacht wieder rennen, dann wegen euch. Ey, das ist ja wieder super lecker. Wegen uns? Naja, weil wir ja schon längst hätten Jump'n'Run, hätten aufnehmen können. Aber, hm, nee, ich kann nicht. Hm, oh, ich hab das und das zu tun. Ja, jetzt muss ich nämlich die Nacht drunter leiden, weil ich den ganzen Nacht den Rechner laufen lassen muss. Na! Ah, nee, ich zahl' ein paar Schäule, das interessiert jetzt mich. Fakt. Das heißt, ich hab' alle meine Kosten in einer Rechnung drin und das war's. Nein! Es gibt nichts von wegen Kostenerhöhung oder so. Doch, doch, dieses Jahr gab's 5 Euro mehr Miete. Jetzt zahl' ich 283 Euro für meine 30 Quadratmeter. Warm. Und Internet und Fernsehen mit HD senden und alles inklusive. Alter, wie ich diese Wohnung liebe. Auch wenn das Internet hier scheiße ist. Es funktioniert. Ich bin auf dem Satz weiter. Ähm, es wird, es wird grad ein... Felix, es wird grad... Es wird grad einer frei. Doch, es ist wirklich so. Das Zimmer ist grad frei geworden bei uns. Ich sag's nur. Ich zieh rein. Ich wollt' sagen, nee, Sepp und ich in der WG, das kommt nicht gut. Ja, weil wir uns anderen streiten würden. Felix, mein Internet! Nee, Alke, weint. Wir kommen in die WG an. Sepp, was machen wir? Fuck, wohin? Ach, hier. Nee, ich sauf' mit dir nicht. Nee, ist auch nicht zu empfehlen. Ist definitiv nicht zu empfehlen. Mit mir zu trinken, ist das absolute Ende. Wenn ich mal richtig in Stimmung bin und ich richtig am Trinken bin, dann ist das... Der müsste nicht mehr los, der Quatsch und Quatsch, den musst du dann rausschmeißen. Erstens das und zweitens ist mir nicht mitzuhalten. Ich hab' die Challenge geschafft, ich hab' die Challenge geschafft! Ah! Wir müssen mal weg. Wow! Geboom! Jungs, ich hab's geschafft. Ich hab' keinen Bock mehr. Ja, weil ihr einfach doch scheiße seid, ihr Nobis! Ahaha! Wui! Ich fliege! Hui! Oh Felix, steht immer noch hier rum. Lol, Slack. Ich steh' nicht rum, ich spring' die ganze Zeit rum. Ich kann dich auch nicht schlagen, lol. Muss ich mal rausgehen. Ich hab' die Challenge geschafft, so viel steht fest. Lol, jetzt ist er... Felix, du bewegst dich immer noch, ist kein Schritt bei mir. Marcel, wo ist's? Bist du? Hallo? Äh, ich muss jetzt wieder zurück. Hab's verstanden. Okay, sind aber alle da. Felix, die Mannschaft hat bei mir einen Ping von Null. Also bist du wieder seit dem letzten Strich. Hä? Marcel, ich seh' dich gar nicht. Ah, hier drüben. Wo drüben? Ach hier, ach, jetzt seh' ich ihn auch. Ja, jetzt seh' ich ihn da. Okay, Felix spring' jetzt auch wieder. Lol, Marcel, wie bist du hier hochgekommen? Ja. Vielleicht hier oder vom anderen. Rad, 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 rad. Felix vielleicht von mir. Ja, Felix, bewegt sich bei mir schon wieder nicht. Jetzt bewegt er sich. Ja. Boah, es ist so entspannt, nebenbei Scheiße anzustellen und dann noch zu trinken. Ich will jetzt noch ein Fenster offen haben, aber das geht ja nicht, weil sich dann wieder der Felix beschwert, da rauscht's. Wurzul an der Autobahn? Der Felix. Okay, er telefoniert wieder, oder? Ja, er telefoniert. Nee, weil Felix beschwert sich immer bei mir, wenn ich auszusehen mal ein Fenster offen habe, weil ich es vergessen habe, wieder zuzumachen, weil ich mal irgendwann doch vielleicht mal frische Luft einatmen will. Ja, bei mir leckt's auch, ich sammle's mal auf. Aber ich hab gern... Okay, es geht wieder hoch. Ja, beschwert er sich immer bei mir, dass ich an der Autobahn wohne. Es fahren vielleicht in diesen fünf Minuten, wo er mal mein Rauschen hört, insgesamt fünf Autos vorbei. Aber ich wohne an der Autobahn, ist natürlich klar. Ich wohne in der ruhigesten Stadt der Welt und, naja. Hey, manau, ja. Ruhig, die Stadt der Welt. In dem Bereich, wo ich wohne, ja. Und ich wohne schon bitten in der Stadt, wenn man so will. Und ich hab echt meine Ruhe hier, das ist so unglaublich. Ja, ich sammle doch die Kugeln auf. Warte noch ein kurz. Entschuldigung, kann ja nicht wissen, dass eure scheiß PCs so schlecht sind. Vor allen Dingen eigentlich deine, aber, ups, Felix ist ja eh nicht mehr un. Stopp, ich springe wieder. Oh, achso, Telefon. Alter, was ist das für ein Penner, der telefoniert einfach während der Aufnahmen. Und das immer. Weißt du, der hat überhaupt keine Hemmung, mal irgendwann zu sagen, nö, ich nehm gerade auf. Weißt du? Ja, da hat auch nichts. Ne, was soll denn der Scheiß? So, jetzt müssen wir da gehen, ich hab auch wieder über 30 Frames. Ey, Sepp, es ist so, seine Freundin hat in seiner Beziehung die Hosen ab. Ja, auf jeden Fall. Felix hat überhaupt keine Macht drin. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich mein, ich merk ja, dass seine Freundin irgendwas gegen mich hat, weil... Ja, gegen mich hat sie, glaub ich, irgendwas. Ja, ja. Ne, weil ich ja angeblich zu viel rede. Ja, mein Gott, ich bin Unterhalter. Ich muss reden. Ich bin Let's Player. Meine Aufgabe ist es nun mal, zu reden und zu kommentieren. Dann tut's mir ja leid, wenn sie irgendeine Scheiße da haben und ich dazu was sage. Ja? Mal ganz ehrlich. Ist halt mein Job. So, nebenbei. Aber wir waren zuerst da, seine Freundin hat zu uns nichts zu sagen. Du, ich würde Felix so gern zusammenscheißen und Laura genauso. Nun trau ich mir das nicht. Vielleicht krieg ich das dann doppelt und dreifach wieder. Und bin dann wieder der Arsch am Endeffekt, obwohl ich nur die Wahrheit gesagt habe. Ja. Das Weiße würde ich seiner... Alter, seiner Freundin würde ich so gerne was gegen den Kopf werfen. So viel vor allem. Aber, nee, das mach ich einfach nicht. Alleine aus Höflichkeitsgründen. Alleine aus Höflichkeitsgründen würde ich sowas unterlassen. Ich bin nur mal einer, der sehr höflich ist. Aber, naja. Egal. Wollen wir darüber nicht reden. Ich bin der eher ruhig. Marcel, du warst am Ende der Challenge und fällst hier runter? Boah, Alter, würde ich kotzen, ey. Würde ich kotzen. Unnötig, Seth. Total unnötig. Unnötig. Ich brauche Bier. Wo ist denn Fetig ist eigentlich? Was ist denn da hinten? Wee! Hä, Marcel, wie bist du so schnell da hingekommen? Oh, warte mal. Ne, ne. Du bist... Hä? Leute, dann war das ein Leck. Aber irgendwie standest du vorhin hier und auf einmal... Oh, egal. 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 Macht, was ihr wollt. Irgendjemand ist gerade bei mir runtergefallen, aber es ist nichts passiert. Was ist auch immer. Warte mal, ich spiele mal das. Ja, tschuldigung, aber ich muss das testen. Auch bei Fetix muss ich nochmal testen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ihr... Weil irgendwie leckt das... Entweder leckt das bei mir... Okay, bei Fetix auch nicht. Naja, weil irgendwie hat das gerade eben so, dass er irgendwie bei mir runtergefallen ist. Aber irgendwie wartet ihr dann trotzdem da, wo ihr eben gerade wart. Ich verstehe es nicht. Minecraft leckt einfach nur. Ja, und wieso willst du uns... Fehl, Marcel, Marcel, noch zwei Sprünge. Einsprung nur noch. Einsprung nur noch. Nur noch an die Leiter, und hast es geschafft. Yeah! Ich gebe dir mal den Gamer 1. No. Mach aber klar.